Wir gehen jetzt in eine Lokalität hier im Parlament, die wir angemietet haben, um dort noch mehr zu trinken und Häppchen zu eröffnen, das war ein bisschen aufzupaufen, über die Möglichkeiten, Molekularstrukturen zu zerlegen, um sich dann wieder Häppchen auffahren zu können. Dankeschön für Ihr Interesse und wir schließen uns gleich noch einmal einen Büroleiter an, der Weißrussland geht und dann können wir uns da noch ein bisschen aushalten. Ein Büroleiter, der Weißrussland geht, der Neiderswehr hat. Das sind die einzigen Leute im Parlament, die wissen, was sein wird. Ich möchte es nicht versorgen, mich auch noch zu bedanken und für den Fall, dass ich doch etliche offene Türen eingerannt habe, bitte ich um Entschuldigung. Es lese ich in einem Umständen nicht für mich dabei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.